Dann hat mir irgend so ein Trottel, hat mir ein Follower-Bot gegeben, um mir damit noch zu schaden und dann habe ich gesagt, nein, es gibt keine Facecam mehr vorerst und gut. Aber du kannst dir ja, wenn du willst, auf YouTube ein paar Videos angucken, da siehst du mich, wie ich aussehe und wie es in meinem Zockerzimmer aussieht, manchmal ein bisschen wüster. Das kann nicht sein, jetzt warte ich seit einer Stunde, dass mir das Spiel jemand zugelost wird. Es kommt niemand. Es ist unglaublich. Der Krach regt mich auch auf lieber Stürbel, das sage ich auch, weil wenigstens meine Ruhe. Ja, wieder falsche Richtung. Hauen wir mal ab, laufen wir mal da hinten hin. Finkt auch nichts. Dann sind wir auch gleich tot. Ist ja wurscht. Du kannst gerne reinkommen, wenn du willst. Du kannst gerne reinkommen, Tasty. Und ich will halt jetzt nicht aufhören. Aber ist zu zweit ja schon haarig. Ja, ja, nur mit der Ruhe. Lass dich nicht stressen, Rips. Der Krach. Da ist ein bisschen stöpp. Ich bin ganz schön. ZAPPEN Ich bin jetzt bei jedem, über den Untergrund von hier. Ich bin jetzt bei einem Schaden, dass ich am besten mache. Schau, ich bin mit dem Ritsch. Ich bin jetzt am besten. Ja, sei froh, wenn du das hast. Das hast zu viel geschrieben. Ne, das war, weil du zu viel geschrieben hast. Du hast zu viele Zeichen gebraucht. Ihr seid in der Endrunde. Ne, unterkriegen lass ich mich nicht. Keine Angst. Soweit kommt es noch, dass ich mich unterkriegen lass. Aber es ist, manche meinen halt, sie müssen sich übers Internet profilieren und toll sein. Ja, das passt schon, ist schon okay, wie du das geschrieben hast. Du hast bloß zu viele Buchstaben gebraucht. Ich hab das auf 250 eingestellt, dass hier nicht ewige Romane geschrieben werden. Deshalb... Ja, ich kann es lesen, was gebannt wurde. Und ich kann es auch posten. Das ist auch kein Problem. Ich hab da schon die Möglichkeit dazu, dass es auch jeder andere lesen kann. Dann kommt es auch. Du hast noch nicht viel Erfahrung mit dem Streamen, oder? Ja, ne, wenn man was Vernünftiges schreibt und das ist einfach so, weil es zu viele Buchstaben sind gesperrt worden, dann kann ich das doch veröffentlichen. Das ist doch kein Problem. Das ist das Geringste. Ha! So, jetzt schauen wir mal. Einer will noch kommen. Dann sind wir zu zweit. Vielleicht klappt es ja dann. Es ist langweilig. Die Spur ist echt... Da, 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 da. Ich geh nicht rein, ich geh nicht rein. Dann... 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 das macht gar nichts rauch du nur im freien das ist gesund neobringer ich hoffe ihr habt das richtig ausgesprochen servus wir bewegen uns ein bissel dass wir nicht einrosten können schon aber es wäre nicht verhältnismäßig wenn du es tun würdest würde ich auch rausgehen jetzt wo das wetter eh wieder besser wird das ist absolut vorbildlich ja auch das hat nicht jeder in der birne dass im endeffekt immer die frauen die hosen anhaben das ist immer schon so der hinter jedem starken mann steht eine starke frau mit was hast du ausgehört mit versuchen sich zu wehren oder mit rauchen der pepi servus richtig der klügere gibt immer noch immer noch mal sterben weil es wurscht ist immer noch mal sterben mal schauen ob wir da ein bissel besser aufgestellt sind da hinten ja 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 hilft auch nichts hilft auch nichts ja 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 das ist schon so registriert ist die frage auch ja 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 also Nehmen wir die, probieren wir sie mal. Vielleicht bringt das mehr. Jo, da kannst du wohl recht haben. Die feuern wie der Raider, mann, mann, mann. Unglaublich. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Was heißt ein schweres Level, das Problem ist, es sind 41 Gegner, ich bin 40 und ich bin alleine, normalerweise spielt man das zu dritt. Das ist mein Problem, also ich komme her aus Oberbayern. Das ist mein Problem.